Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer auf dem Kanal der Akademikrats und der Assessor-Akademie. Schön, dass Sie bzw. Ihr mit dabei seid hier auf unserem Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier meine liebe Kollegin Frau Schneidenbach mit am Start zu haben. Die liebe Frau Schneidenbach wird uns heute mal ein wenig aus ihrer eigenen Examsverwaltung, aber auch schon aus ihrer dozierenden Tätigkeit berichten können, auf ihre Erfahrungen rückblickend mal uns einige Informationen mitzugeben. Ja, was man machen sollte als Jurastudent, was man vielleicht sein lassen sollte im Rahmen der Examsvorbereitung. In dem Sinne, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Schneidenbach. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, dann gehen wir doch einfach schon mal in medias res gleich los, bevor wir das aber gleich tun. Vielleicht können Sie noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sich sagen. Was machen Sie jetzt so nach Ihrem erfolgreichen Examen? Wie sieht das aus? Genau, ja, also ich habe letztes Jahr Examen geschrieben, ist also noch nicht ganz so lang her. Ich habe jetzt gerade auch noch meine Prüfungsseminararbeit eingereicht, also bin noch nicht ganz weg davon. Habe aber den Rest alles schon hinter mich gebracht, genau. Und ab Juni wird es dann für mich weitergehen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Habe also auch froh zu promovieren. Mal schauen, wie das so klappt. Und bin eben jetzt auch als Dozentin hier tätig. Kann also ein bisschen auch, ja, was weitergeben. Aus meiner Erfahrung, die ich sammeln konnte letztes Jahr, freue mich da sehr, diese ganzen neuen Aufgaben jetzt angehen zu können. Genau, und Sie waren ja sogar selber bei uns Teilnehmerin. Sie haben ja die ganze Mühle hier selbst durchlaufen, ja, der umfassenden Examsvorbereitung. Genau, richtig. Ja, über anderthalb Jahre hier die Klausuren alle mitgeschrieben. Und eine ganz nette Dozentin gab, mit der ich sehr viel Kontakt hatte und die mir auch sehr viel weitergeholfen hat in meiner Vorbereitung. Genau, die liebe Frau Rechtsanwältin Christel Steinmann übrigens. Hierzu können wir dann auch mal ein Video verlinken. Interview mit Frau Steinmann, ja, erfahrene Prüferin auch am Justizprüfungsamt, das sei mal gesagt. Und Sie hatten das große Glück, mit ihr Unterricht zu haben. Genau, hat ja auch dann super zum Erfolg geführt. Was können Sie uns einfach so frei aus der Seele ausgeredet, vielleicht für drei, vier Tipps an die Jurastudenten mitgeben und sagen, das sollte man unbedingt machen aus Ihrer Erfahrung und vielleicht so drei, vier Punkte und sagen, naja, das würde ich vielleicht sein lassen, das führt mich wirklich zum Ziel. Genau, also das Erste, glaube ich, was wichtig ist, sowohl im Studium als auch für die Examsvorbereitung dann nochmal umso mehr, glaube ich, immer einen guten Plan zu haben. Also nicht planlos irgendwie drauf loszugehen, sondern auch schon im Studium zu wissen, wann muss ich welche Prüfung absolvieren, wann kann ich sie absolvieren, wo kann ich vielleicht auch gewisse Prüfung eher absolvieren, um hinten raus mehr Zeit zu haben für die Examsvorbereitung. So habe ich das auch gemacht. Und dann natürlich auch in der Examsvorbereitung sich einen guten Plan zu machen. Bei mir waren es eineinhalb Jahre, das ist eine lange Zeit. Da denkt man am Anfang, man hat ja sehr lange Zeit, auch irgendwie wird man das schon hinbekommen. Aber die Zeit vergeht auch sehr schnell. Und wenn man sich am Anfang schon ein bisschen einen Plan gemacht hat, wann man was macht, dann kann auch hinten raus die Zeit recht schnell knapp werden. Deswegen empfehle ich das immer, sich einen guten Plan zu machen. Ich habe mir tatsächlich einen sehr ausführlichen Plan gemacht, wo ich mir die Wochen auch eingeteilt habe, wann ich was mache. Jedes Dach durchgestylt, kann man sich vorstellen, ja. Wow, ja, so habe ich das tatsächlich gemacht. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht. Das ist doch vielleicht nicht für jeden das geeignete. Mir hat es sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich wurde mit dem Stoff durch bis zum Ende und habe auch bestimmte Pufferzeiten, die ich mir auch extra eingeplant habe. Also wenn man das macht, würde ich das auch empfehlen, sich auch Pufferzeiten einzuplanen und auch die Freizeit und Urlaub einzuplanen. Da kann man sich dann drauf freuen. Man muss es nicht so in dem Detail machen, aber zumindest einen groben Plan sollte man haben, wie man das Ganze angeht. Genau, und dann natürlich eine gewisse Disziplin, diesen Plan auch umzusetzen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man nicht zu streng mit sich sein sollte. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe mir bewusst auch Pufferzeiten eingeplant, auch freie Zeiten, weil es ist nicht jeder Tag wie der andere. Es wird Tage geben, da wird man seinen Plan übererfüllen und es funktioniert alles super. Und dann gibt es Tage oder vielleicht auch mal Wochen, wo es nicht so ganz so gut läuft und etwas schleppend läuft. Da sollte man dann ein bisschen entspannt sein und auch sagen, das ist jetzt eben so, es gibt diese Phasen, es wird auch wieder besser. Genau, das sind so die zwei wesentlichen Dinge. Und dann als Drittes auch so einen Ausgleich zu haben. Also natürlich ist es eine anstrengende Zeit, man muss seinen Fokus haben, aber es ist auch ganz wichtig, sich bewusst freie Zeiten zu nehmen, auch sich einen Ausgleich zu suchen, ob das Sport ist, ob das die Vereinsmitgliedschaft ist, was auch immer einem da gefällt. Aber wirklich auch sich die Zeiten zu nehmen und sich nicht ganz abzuschotten für diese Zeit, weil ansonsten hält man das nicht durch. Es gibt vielleicht auch Leute, die das durchhalten. Ich glaube, die Mehrheit braucht auch den Ausgleich einfach. Also ich habe mal drei Monate lang durchgelernt, damals, weiß ich noch, sieben Tage die Woche und dann war ich wirklich platt und dann brauchte ich zwei bis drei Wochen Pause, weil mein Gehirn einfach nichts mehr aufgenommen hat. Also definitiv, völlig richtige Aussage, drei Räume schaffen, ja. Deswegen auch der Urlaub darf sein in der Examsvorbereitung. So doof das klingt, aber man sollte sich auch gewisse Zeiten einplanen, wo man einfach mal eine Woche woanders hinfährt und mal was anderes macht. Das ist ganz wichtig. Du möchtest dich auf deine Grundsemesterklausuren, Hauptsemesterklausuren, das erste Staatsexamen oder das zweite Staatsexamen vorbereiten? Dann binde dich gerne an uns für einen kostenfreien Beratungstermin oder eine kostenlose Probestunde. Mit unserem effektiven Einzelunterricht oder der Kleingruppe stehen wir dir gerne hilfreich zur Seite. Gibt es irgendwas, wo du sagen, oh, das würde ich sein lassen in der Examsvorbereitung, das wird nicht zum Erfolg führen? Ja, also ich glaube, was wirklich wichtig ist, sich auch in seiner Tätigkeit zu fokussieren. Also was ich sein lassen würde, ist sehr viele Sachen neu auszuprobieren oder generell viele Sachen auszubilden. Das sollte man möglichst schon davor machen. Also dafür ist die Studienzeit, glaube ich, ganz gut, um zu lernen, wie lerne ich eigentlich, was liegt mir am meisten? Bin ich ein Vorlesungstyp, der hört und da viel mitnimmt oder mache ich das lieber für mich? Das sollte man möglichst schon wissen, wenn man in die Examsvorbereitung startet, weil da hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit, sich dann nochmal auszuprobieren. Das würde ich tatsächlich lassen und würde mich dann in der Examsvorbereitung auf so ein paar wesentliche Dinge konzentrieren, mit denen man gut arbeiten kann. Also ob das dann am Ende die Karteikappen sind oder dann doch die Vorlesung, das ist egal, aber dass man einfach nicht sich verliert, auch in seinen Materialien, sondern bestimmte Dinge macht, die auch diszipliniert verfolgt und dann führt das meistens auch zum Erfolg. Gibt es eine bestimmte Schlagzahl an Klausuren, die Sie beschrieben haben oder wo Sie empfehlen würden, die würden Sie schreiben und sagen, das ist ein Must-Have oder gibt es das gar nicht? Also ich habe selber tatsächlich sehr viele Klausuren geschrieben. Ich glaube, es waren so an die 80 Klausuren, die ich geschrieben habe. Mir hat das sehr viel gebracht. Erstens die Sicherheit haben im Examen und mir hat das auch im Examen viel gebracht, weil ich eine gewisse Routine hatte. Also ich bin im Nachgang auch mit einigen unterhalten, die nicht so viele Klausuren geschrieben haben oder vielleicht gar nicht wirklich Klausuren geschrieben haben. Die hatten dann meistens so ein bisschen das Problem, in dieser Stresssituation, in diese Routine reinzukommen, dann wirklich auf Zeit, dort was zu Papier zu bringen. Dafür ist es sehr hilfreich, Klausuren zu schreiben. Aber es gibt auch durchaus Kandidaten, die keine Klausuren groß schreiben und trotzdem sehr erfolgreich sind. Also das würde ich sagen, ist kein Muss, Klausuren zu schreiben. Für die meisten wird es wahrscheinlich funktionieren, dann muss man aber auch keine 80 schreiben. Also weniger ist auch ausreichend. Aber ich glaube, für die meisten ist es schon wichtig, vorher Klausuren zu schreiben. Also ich würde empfehlen, nicht ganz ohne Klausurübungen ins Examen zu gehen. Also wenigstens erst mal so 30, 40 am Start, wenn man sich ein Zeitlevel gut einteilen kann und nachher reicht es ja vielleicht auch aus, Klausuren zu strukturieren. Also dass man eben ausführliche Lösungsskizzen baut und richtig aufbaut, richtig die Probleme verortet. Das wird es ja dann meistens eben auch sein. Ja, gut, das klingt doch schon mal super soweit. Haben Sie sonst auch noch, ich meine gut, Sie haben mit unseren Materialien ja auch gelernt damals, aber gibt es noch irgendwas von der Literaturempfehlung her, wo Sie sagen, ja, das könnte man sich noch nebenher gönnen oder wo sein, damit bin ich gut klargekommen? Ja, also ich habe viel mit Lehrbüchern auch gelernt. Also ich bin da ein Freund von tatsächlich und habe auch stellenweise auch Kommentare genutzt. Also man sollte sich da nicht so drin vertiefen, weil das nimmt natürlich viel Zeit. Aber so partiell kann man ruhig auch mal einen Kommentar nutzen. Im Zweifel ist man da auch ein bisschen schneller als mit einem Lehrbuch, weil man es da prägnant eben hat, wenn man jetzt konkret was sucht. Und ansonsten, was mir sehr geholfen hat, was ich auch sehr empfehlen kann, sind Karteikarten. Haben Sie selbst geschrieben oder gekaufte? Also sowohl als auch. Ich habe diese Frage-Antwort-Karteikarten genutzt und habe mir dann aber auch selber dazu noch welche selbst gemacht. Das hat mir sehr viel gebracht, weil man da relativ effizient in kurzer Zeit sehr viel wiederholen kann. Also das macht natürlich Arbeit, das System erst mal zu etablieren. Das ist klar, um das am Anfang erst mal alles durchzugehen. Aber wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, kann man in relativ kurzer Zeit sehr viel wiederholen, auch ein ganzes Rechtsgebiet. Und das hilft enorm dann gerade auch zum Ende der Examsvorbereitung dann noch mal in kurzer Zeit auch viel Stoff zu wiederholen. Und es hilft auch für die mündliche Prüfung. Das war tatsächlich bei mir so, weil da weiß man dann irgendwie nicht so richtig, ja, wie macht man das jetzt? Irgendwie will man doch noch mal den ganzen Stoff wiederholen, aber man hat auch nicht so viel Zeit. Dann kann man auf die Karteikarten zurückgreifen, die man hat und sich nichts Neues irgendwie überlegen und kann die eben durchgehen und weiß, okay, ich habe jetzt alles noch mal, bin ich noch mal durchgegangen. Ja, super. Dann bin ich mega begeistert. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Gedankengänge mit uns hier geteilt haben. Und ja, in dem Sinne auch, liebe YouTube-Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo da, abonniert die Glocke und schaut euch auch gerne hier auf unserem Kanal noch mal um. Wir haben noch tolle andere interessante Videos hier parat. Und in dem Sinne, tausend Dank, liebe Frau Schneidenbach, dass Sie Ihre Gedanken geteilt haben. Und dann sagen wir beide, glaube ich, jetzt Tschüss an alle und viel Erfolg bei der Examsvorbereitung. Und wir hoffen, dass dem einen oder anderen die Tipps hier gerne weitergeholfen haben.